ALD Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ALD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Guten Tag. Tag. Ja, guck mal, ich gehe gar nicht mehr darauf ein. Das ist jetzt mein neues Ding. Lässt du abperlen und ich wirre, du merkst, ich habe extra lebhaft gewirrt. Und weil so ist das ja auch bei Tieren, wenn die merken, der andere reagiert gar nicht, dann werden sie immer anhänglicher. Versuche man sich anzustupsen. Nicht mal, das löst irgendeine Emotion bei mir aus. Löst es denn eine Emotion bei dir aus, dass wir in diesem Jahr wieder für den Podcastpreis in der Vorauswahl sind? Ja, schon. Und, also freue ich mich natürlich tierisch. Haben wir uns wieder selber ins Spiel gebracht oder wer hat das gemacht? Nein, wir sind in der Vorauswahl. Also das heißt jetzt auch erstmal nur die Vorauswahl und da müssen jetzt die Leute fleißig drauf tippen und wenn da genügend tippen, sind wir in der offiziellen Vorauswahl. Also das ist jetzt die inoffizielle Vorauswahl vor der Vorauswahl, die Vor-Vorauswahl. Die Vor-Vorauswahl. Gut, aber ich sage mal, wenn du jeder zweite Boomer, jede zweite Boomerin da draußen für uns votet, dann haben wir die anderen pulverisiert schon in der Vor-Vor-Vorauswahl. Also macht mal die Vor-Vorauswahl jetzt und dann sagen wir nochmal Bescheid, wenn die offizielle Vorauswahl ist. Die Leute wissen doch gar nicht, wie sie voten sollen. Auf podcastpreis.de oder so ähnlich. Also da, wo man Podcastpreise wählt. Ja, Entschuldigung, ich habe dir wenigstens gesagt, dass wir es überhaupt sind und du so, oh Gott. Und dann machst du mich dafür an, dass ich die Adresse nicht weiß. Hörerinnen und Hörer, bitte machen Sie einfach ihr Fenster auf und rufen ganz laut Kalk und Weg, dann zählt das als Stimme für die Vorauswahl vom Podcastpreis. Klick, man muss aber auch Klick dazu rufen. Okay, sonst gilt es nicht. Also mit Klick hinten dran. Also das kriegen aber, wir haben ja intelligente Hörer auch hier und Hörerinnen, ne? Nur, ja. Und die kriegen das selber raus, wo man das votet. Und bei mir steht es auch irgendwo bei Twitter, Facebook und so weiter. Ich habe das ja gepostet, damit die Leute das da einfacher haben. Ich habe ja diesen Service schon gemacht. Wie ist denn dein Twitter-Account? Also wir sind, wir haben jetzt selbst mit der Heute-Show bei Twitter aufgehört. Ja, bringt auch nichts mehr wirklich. An deiner Stelle würde ich mich da auch verpissen, solange du noch kannst. Solange mich Masken auflässt. Und bist du nur noch mit irgendwelchen rechten Spacken in deinem komischen X. Ja, irgendwann lässt eine Maske auch nicht mehr raus. Ja, wenn man die Tür zu schließt ab. Wenn man nicht rechtzeitig geht. Ja, ich werde mal drüber nachdenken. Also du hast den coolen Zeitpunkt schon verpasst. Das merkst du daran, dass das ZDF jetzt insgesamt aufhört, was zu twittern. Ich glaube, bis auf heute Nachrichten twittern glaube ich noch irgendwas. Aber alle anderen haben jetzt aufgehört. Und deswegen würde ich sagen, jetzt wärst du auch mal eigentlich fällig. Ach Gott, ich verpasse auch alles. Also ist schwierig. Aber was man auch noch nicht verpassen sollte, ist noch die letzten Tickets sich zu holen für unseren Auftritt am 19.05. Denn da sind wir beide am Pfingstsonntag noch live beim Podcast Aufzeichnen zu bewundern im Ernst-Reuter-Saal in Reinickendorf in Berlin, der Hauptstadt von Deutschland. Ja, der 18. ist längst ausverkauft. Gefühlt schon seit Jahren. Für den 19. gibt es, wie man an dieser Stelle gerne sagt, noch Restkarten, um so eine Dynamik da reinzubringen in den Vorverkauf. Es sind wirklich nicht mehr so viele, aber es gibt noch welche. Und da sollte man unbedingt hinkommen. Also 19.05. sehen wir uns hoffentlich alle im Ernst-Reuter-Saal. Und wer mich so sehr vermisst, kann mich auch schon einen Monat früher ab dem 19.04. auch auf Tour sehen. Da bin ich ja auf Deutschland-Tour mit Schleferz, mit Peter Rütten als Oliver Welke. Da spielt er dich. Nur für den Hinterkopf, also als Marketing-Experte, auch für die Zukunft, wenn man 900 Sachen bewirbt, bleibt gar keine hängen. Ach so. Ja, was wollen wir noch bewerben? Was haben wir noch? Nichts will ich bewerben. Ach doch, wir wollen noch bewerben, dass hier kommen wir bewerben noch was. Nämlich, dass wir beide ja in einer Sendung jetzt gerade waren und nämlich, da haben wir ja schon drüber gesprochen, Faking Bad, besser als die Wahrheit, die demnächst läuft und da haben wir ja gemeinsam aufgezeichnet. Da warst du im Panel und hast Großes geleistet. Du warst und bist der Moderator. Das können wir jetzt in der Tat noch nicht mit Sendeplätzen bewerben, weil es wird irgendwann im Sommer, wird es ausgestrahlt. Und in zwei Folgen dieser Staffel bin ich auch dabei, genau. Und ja, wir dürfen jetzt natürlich nicht spoilern, aber vielleicht darf ich so viel sagen. Es war schon ein Triumph. Also für mich jetzt speziell. Ja, also du hattest auf jeden Fall, sagen wir mal so, du hattest wirklich triumphale Momente. Das kann nicht mal, so weit darf man das schon sagen. Oliver, hör doch auf. Was darf man sagen? Du schmeichelst mir doch. Doch, 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 doch. Also du hast sogar einmal Herausragendes geleistet. So viel darf man teasern. Aber mehr noch nicht. Man kann das Grundprinzip auch nochmal erklären. Es ist eben, wir sprachen jetzt schon drüber so ein bisschen wie Nobody is perfect. Also man muss Fragen so beantworten, dass die Antwort echt klingt und andere darauf reinfallen. Also wie bei anderen vergleichbaren Formaten. Ich glaube, wer weiß denn sowas, kann man ja auch mit dem normalen, allgemeinen Wissen nicht weiter. Das sind Sachen, die kann man nicht wissen. So ist es, glaube ich, bei deinem Format auch. Der Unterschied ist nur hier. Hier antwortet man absichtlich falsch, aber es soll so echt klingen, dass die anderen im Panel darauf reinfallen. Richtig. Es geht eigentlich darum, dass man eben blufft und versucht, die anderen geschickt anzulügen. Also man diskutiert die ganzen Geschichten und man versucht, irgendwelche absurden Möglichkeiten oder eben auch nicht zu finden und darüber zu sprechen, ohne dass der andere merkt, wo du vielleicht eben deine falsche Antwort verborgen hast. Und es geht eben um dieses Lügen und Betrügen wie im echten Leben. Und das macht großen Spaß, weil dann klaust du eben dem anderen auch die Punkte. Und das ist eben nicht nur ein Gewinn, wenn du was weißt oder was richtig sagst, sondern ein Spiel eben richtig. Ja, und auch ein schöner Twist, dass man auch noch Punkte kriegt, wenn man das Studiopublikum im Saal, sind ja auch noch mal 100 Leute, wenn man mehr als die Hälfte von denen auch auf die eigene Lüge reinfallen lässt, gibt es ebenfalls nochmal Punkte. Also man merkt einfach, dass ich aus einer Werbeagenturfamilie komme, dass mein Vater jahrelang eine Werbeagentur hatte. Das Lügen ist mir einfach doch in Fleisch und Blut übergangen. Vielleicht liegt es auch an der Fake-News-Show, die ich im ZDF moderiere. Das muss man sagen. Auch wenn man das ganze Panel anlügt, wenn alle auf einen reinfallen, auch das gibt nochmal Sonderpunkte und so. Ja, und du hast dich jedenfalls dann recht gut geschlagen. Ich muss auch sagen, also Lügenfresse Welke, macht schon Spaß, sich dabei anzusehen. Ab Ende Juni geht das los, in der Mediathek ab Ende Juni und dann in verschiedenen Dritten und Ende Juli auch im Ersten. Aber sehr fair, dass ihr euch nicht gegen die Europameisterschaft laufen lassen müsst. Das finde ich auch, da bin ich sehr froh. Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, als ich das dann mitbekam. Stimmt, ist ja Europameister, da habe ich erstmal die Termine nachgeguckt und dachte, scheiße, hoffentlich sind wir da nicht dran. Nein, aber wir sind genau danach, wir sind also im Ersten nach der EM. Gott sei Dank. Denn das könnte ja doch noch ganz gut für uns jetzt werden, ne? Ja, es sieht ja besser aus als vorher. Ja, wir haben alle festgestellt, dass die Euphorie in Teilen zurück ist, gerade rechtzeitig, zusammen mit dem coolen neuen Trikot und zumindest zwei Knallerspiele haben wir jetzt mal hingelegt und wenn sie das dann, wenn sie punktgenau diese Form abrufen können, wenn es losgeht, im eigenen Land, dann kommt vielleicht Sommermärchen Reloaded, wäre doch lustig. Wollen wir mal. Sag mal, ich habe ja von Fußball, wie man vielleicht mitbekommen hat, wenig Ahnung. Das stimmt doch nicht. Ja, ich bin ja jetzt nicht der Top-Experte, aber ich habe irgendwie mitbekommen, dass Bayern München nicht Meister ist, aber trotzdem was mit Bayern. Hey, guck mal. Ist das richtig? Ja, ja. Weißt du denn, wer Meister geworden ist? Hast du das auch mitbekommen? Bayern Leverkusen. Bayern Leverkusen. FC Bayern Leverkusen. Das ist doch eine Abspaltung von Bayern München, ne? Das ist doch Bayern Leverkusen. Ja, genau, nur dass sie nebenbei noch Tabletten verkaufen, aber sonst war alles richtig, was du gesagt hast. Man merkt, du bist im Thema. Nein, Leverkusen, das ist eine Sensation, weil die noch nie Meister waren und als ich Anfang der Nullerjahre noch bei Sat.1 Fußball moderiert habe, war das ja Vizekusen. Die sind halt immer Zweiter geworden. Es gab ein Jahr, da sind sie, glaube ich, in allem knapp vorm Titel gescheitert. Meisterschaft, DFB-Pokal, Champions League. Also das war wirklich deren Ding, immer auf den letzten Metern dann Zweiter werden. Und dieses Image ist jetzt seit dem vergangenen Wochenende Geschichte. Also Leverkusen und man gönnt denen das, weil die unfassbar attraktiven Fußball spielen. Sie sind dabei auch noch gnadenlos effektiv und haben mit Xabi Alonso einfach einen Top-Trainer, wahnsinnig nett und bescheiden im Auftreten, fachlich eine Granate. Also alle sind jetzt neidisch auf Leverkusen, sogar die Bayern. Und das ist mal ein schönes Gefühl, muss man sagen. Ja, also das klingt jetzt für mich auch zum ersten Mal spannend. Vielleicht steige ich jetzt doch mal wieder ein. Jetzt wäre eine gute Zeit, wie man bei Aktien einsteigt. Also das wäre eigentlich gar nicht schlecht, weil es könnte vielleicht etwas, einen Hauch von Spannung in die Bundesliga zurückkehren. Wobei natürlich man immer damit rechnen muss, dass das Imperium FC Bayern jetzt zurückschlägt und alles aufkauft, was nicht bei drei auf dem Baum ist. So war es in den vergangenen Jahren immer, wenn sie mal nicht Meister geworden sind. Ja, da muss ich mal gucken, ob ich dann vielleicht eben zur nächsten Saison dann doch mal mit einsteige. Aber das Problem ist ja, es gibt ja auch noch so viele Fernsehserien, die man immer sehen muss. Oder Serien, Streaming und was auch immer. Da weiß ich gar nicht, ob ich Zeit für Fußball habe. Du bist ja jetzt auch gerade, du wolltest ja auch einen aktuellen Streaming-Tipp loswerden. Ja, zwei schnelle. Also wir machen jetzt nicht wieder mittelalte Herren erzählen Fernsehserien nach und versauen da mit dem Netz in die Spannung. Die Menschen sind sehr dankbar für Tipps, die suchen sowas, die dürsten. Ja, beides sind absolut keine Insider-Tipps, sondern zu beidem wurde mir von außen stehenden Menschen geraten, dass ich das unbedingt gucken soll und sie hatten so recht. Ich bin gerade vollkommen geflasht von erstens Ripley bei Netflix. Das ist eine Highsmith-Verfilmung. Der talentierte Mr. Ripley kennt man nach Motiven davon. Ich kenne das Buch peinlicherweise nicht von Frau Highsmith. Das Buch kenne ich auch nicht, ist aber schon mehrfach verfilmt worden. Einmal mit Matt Damon und auch dann die alte Verfilmung mit Alain Delon, nur die Sonne war Zeuge. Ist auch eine Verfilmung eigentlich der Geschichte. Ja, genau. Es gibt mehrere Filme, die die Motive nutzen. Und das hier ist halt ein Netflix-Mehrteiler mit dem fantastischen Andrew Scott, den wir ja schon wunderbar fanden als Professor Moriarty in den Sherlock-Holmes-Filmen oder als der Hot Priest in Fleabag, was man ja auch immer nur jedem empfehlen kann. Ja, auch bei Spectre und Bond hat er mitgemacht. Er hat auch in Bond aufgetaucht und ganz toller Schauspieler. Und hier spielte halt Ripley in schwarz-weiß, was man ja erst immer so ein bisschen artsy findet und denkt, warum jetzt? Aber der Look und auch alles an der Ausstattung und an diesem Stück, was halt 1961 spielt, ist so stimmig und so rund und so toll geschrieben und inszeniert. Unbedingt muss man das gucken. Und das Zweite, das ist dann quasi das Gegenteil von Ripley, was die Inszenierung angeht, weil Ripley ist so ein bisschen gewollt, auch stylisch und langsam. Und wirklich die absolute Implosion im Kopf von allem ist Fallout bei Amazon wiederum. In Farbe. In Farbe. Ja, es gibt auch da ein paar Schwarz-Weiß-Sequenzen, die in den 50ern spielen. Ich habe das Computerspiel selber nie gespielt, nicht eine Sekunde. Und deswegen konnte man mir ausnahmsweise auch gar nichts spoilern. Ich habe auch extra wenig gelesen. Und es ist wirklich irgendwo zwischen The Boys und The Walking Dead. Es ist wirklich wahnsinnig fantasievoll, überraschend, spannend, sehr brutal teilweise. Aber so, dass es jetzt auch einen dramaturgischen Sinn hat. Es hat ganz viele Handlungsebenen, ist echt komplex und zwischendurch einfach auch wirklich pisslustig. Also ohne das Spiel eben zu kennen, habe ich sehr, sehr große Freude. Ich gucke das gerade in atemberaubendem Tempo weg. Und während wir hier sitzen, denke ich schon, Mann, in der Zeit können wir schon wieder zwei Fallout-Folgen gucken. Stattdessen rede ich jetzt mit Kalkofe. Ja, dann lassen wir. Ich habe aber auch noch einen Tipp, der ist nicht ganz neu, aber trotzdem auch für alle, die daran Spaß haben. Weil ich gucke gerade eine Serie, die ist, glaube ich, schon vier Jahre oder so alt. Und zwar Warrior. Das ist von dem, wir haben über Banshee letztens mal gesprochen. Das ist von den Banshee-Machern. Und eine wirklich hervorragende Serie, die quasi so Mafia in Chinatown, also die, wie sich Chinatown entwickelt hat. Und da so die ganzen Gangs gegeneinander gekämpft haben. Dabei dann eben auch die Iren und die Amerikaner und wie sich das in San Francisco aufgebaut hat. Mit auch wirklich atemberaubenden Kampfchoreografien und Szenen. Macht richtig Spaß. Sehr, sehr geil gemacht. Und eben, das hat mich dabei auch sehr verwundert, nach einem Drehbuch, nach einer Idee von Bruce Lee persönlich. Der steht hinten als Drehbuchautor. Ist ja schon lange nicht mehr unter uns. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, der wäre tot. Aber er hatte damals vor, diese Szenen... Ist das nicht der, der den Brad Pitt so verprügelt hat? In Once Upon a Time in Hollywood? Genau, der von Brad Pitt vermöbelt wurde. Und der hat damals eben immer versucht, eigentlich diese Idee an den Mann zu bringen. Aber er war seiner Zeit eben weit voraus und ist dazu nicht gekommen. Und deswegen ist die Warrior-Serie erst jetzt entstanden. Und die macht wirklich großen Spaß. Also das sind jetzt drei tolle Tipps. So ein bisschen wie Kung-Fu früher, nur neuzeitlich. Nur neuzeitlich und in wirklich spannend. Also ich weiß ja auch Kung-Fu mit David Carradine, dem halb sedierten, der damals immer rumlief. Und man hat doch immer nur drauf gewartet... Der nicht mal Asiate war. Nein, und man hat drauf gewartet, dass er endlich mal kämpft. Und dann die meiste Zeit wurde aber nur philosophiert. Er hat ja Gewalt abgelehnt leider. Ja, dann wurde daran erinnert, wie er früher in der Schule da immer war. Und dann irgendwann gab es mal eine kurze Kampfszene. Aber man war damals so dankbar, dass man sich darauf auch gefreut hat. Also man sieht, jedes Genre kann man auch zurückholen, wenn man einen neuen, frischen Ansatz hat. Und das ist eben das, was ich an Fallout auch toll finde. Weil ich eben denke oder dachte, diese Endzeit-Geschichten, die sozusagen nach der Apokalypse oder dem Atomkrieg spielen, sind irgendwie mal ein bisschen ausgeleiert. Aber das ist wirklich so fantasievoll und so frisch. Da ist alles dabei. Von hier mal ein Hauch Zombie, da mal böse Roboter. Das ist wirklich toll. Und es spielt ja nach einer Apokalypse, die eigentlich schon in den 50ern stattgefunden hat. Und seitdem wohnen die Leute in Bunkern. Und die, die in den Bunkern 200 Jahre waren, müssen jetzt die Realität an der Oberfläche wahrnehmen. Und die sind halt so super vogue, dass da auch sehr viele schöne Gags aus der heutigen Perspektive drin sind. Also gerade diese Leute aus dem Bunker, die so extrem PC sind, sind sehr amüsant. Also unbedingt gucken. Also wir haben jetzt drei tolle Tipps abgegeben. Und als vierten, vielleicht jetzt sage ich mal, ich nehme dieses Thema China Chinatown auf. Vierter Tipp ist von uns der TikTok-Kanal von Olaf Scholz, der jetzt ja auch nach China reist. Und als kleines Gastgeschenk jetzt seinen TikTok-Kanal eröffnet hat. Und der ist richtig gut. Hier sind wir jetzt dann wieder bei der Weltpolitik gelandet, auf die man im Moment ja so wenig Lust hat wie nie. Wir hoffen einfach, dass, wenn wir diesen Podcast veröffentlicht haben, nicht alles noch mehr eskaliert ist. Es ist gerade wieder diese Zeit, wo man Verständnis hat für jeden, der sagt, ich gucke gar keine Nachrichten mehr, nur noch Praxis mit Mehrblick. Weltpolitik, wie gesagt, man kann es nachvollziehen. Aber wenn wir auf Weltpolitik gehen, dann ist es vielleicht noch am ehesten zu ertragen, was Scholz in China macht. Und er hat als Gastgeschenk jetzt eben mitgebracht, dass er jetzt auch bei TikTok ist. Nur, ich glaube, wenige Jahre, nachdem sein Pressesprecher das angekündigt hat, ist jetzt auch Scholz bei TikTok. Und hast du die schon gesehen? Ja, ich habe reingeguckt. Es ist geil. Er hat also 13 Videos sind bisher online. Aber sein Bestes, das ist ja das, ihr habt es ja auch in der Heute-Show zitiert und kurz gezeichnet, das muss man wirklich empfehlen. Und das hat sage und schreibe auch schon fast dreieinhalb Millionen Klicks, ist wie er seine Aktentasche präsentiert. Noch haben wir das übrigens nicht gezeigt. Das hast du mit einer anderen Sendung verwechselt. Ach, habt ihr es nicht gezeigt? Nein, ich habe es denn gesehen. Wir werden daraus was machen am kommenden Freitag, aber noch nicht. Vielleicht hast du es bei extra drei gesehen. Ich habe es gar nicht gesehen. Wo habe ich denn das gesehen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich bin ja, vielleicht habe ich es bei Warrior, war das bei Warrior? In Chinatown haben die das gekauft. Kam da eine Aktentasche vor? Ich weiß gerade nicht, wo ich es gesehen habe. Ich dachte, da war ich. Ihr wart das gar nicht. Aber es war lustig. Und auf jeden Fall auch das Original ist geil. Das muss man sich unbedingt ansehen, weil Olaf Scholz präsentiert seine alte, labberige Lederaktentasche und erklärt, dass er ein alter Freund seiner Aktentasche ist. Und dann macht er sie auf und sagt, was da drin ist, nicht sehr überraschend, Akten. Und dann holt er drei, vier Akten raus und dann nochmal eine Akte und nochmal irgendwie ein Laptop. Und dann wird das immer untertitelt mit Laptop. Akten. Damit man das versteht. Aktentasche. Olaf Scholz. Also ich habe noch nie, muss ich mal sagen, ein derart langweiliges TikTok-Video gesehen. Ich bin ja nicht bei TikTok, aber wenn ich da mal reingeschaut habe, das ist wirklich the most boring TikTok-Video ever. Und ich könnte damit in die Geschichte von TikTok eingehen. Ja, das stimmt. Also im Grunde, man kann es natürlich auch unter Selbstironie verbuchen, weil er weiß ja, dass er für die Bürger so eine Art fleischgewordener Leitsordner ist. Und das ist ja dieses Bürokraten-Image, mit dem man hier vielleicht auch so ein bisschen spielt. Aber auch zu Ironie gehört natürlich, dass man ruhig einen Gag einbauen soll, wenn es passt. Und bei den ersten Videos wurde einfach nur stumm die Tasche gefilmt. Da gab es ja nicht mal ihn im Bild, sondern da war ja nur die Tasche. Es gibt nämlich dann dazu noch wirklich die, ich glaube, die sind wahrscheinlich aber dann danach, sind dann die POV der Aktentasche. Da sieht man dann wirklich nur die Aktentasche, wie sie irgendwo steht und andere Leute drum rum gehen und wo. Ich glaube nicht, also ich glaube in dem Moment, dass da nicht wirklich Selbstironie dabei ist. Doch, das war aber die Idee von den Marketing-Hengsten dahinter. Die haben Hände ringend gesucht. Was ist das Aufregendste? Olaf, wir müssen jetzt ein TikTok-Video machen. Was ist das Aufregendste, was du hast? Zeig mal, deine intimsten Geheimnisse, dann kam die Aktentasche. Ja, dann hätte er lieber mal die Cum-Ex-Akte aus der Aktentasche holen sollen. Dann hätte man wenigstens noch eine Überraschung gehabt. Ja, das wäre jetzt auch ein bisschen interessant gewesen. Aber ansonsten, oder wenigstens ein paar Brote oder so. Also wie Söder, der weiß ja eben, dass man immer auch was zu essen mit dabei haben soll. Da könnte er doch wenigstens belegte Brote aus der Aktentasche holen, oder? Ja, man erlebt jetzt gerade, was passiert, wenn dir alle Experten, wahrscheinlich seine eigenen PR-Leute, bis hin zu Sascha Lobo und jedem zweiten Kommentar, wenn die dir immer sagen, Leute, ist ja auch was dran, ihr dürft TikTok nicht den Rechten überlassen. Ihr müsst da auch irgendwie die jungen Menschen erreichen. Das ist ja auch nicht völlig verkehrt. Das Problem ist nur erstens, sie kommen sehr spät und der Vorsprung der anderen wird noch schwerer, also wird immer noch schwer aufzuholen sein. Und vor allem darf man natürlich nicht vergessen, TikTok lebt eben von Emotionen. Und die Worte Olaf Scholz und Emotionen im selben Satz, wie wir wissen, schwierig. Ja, da implodiert das Netz, wenn er versucht, emotional zu sein. Das funktioniert nicht. Das ist eben genau das Ding. Du kannst halt immer so sagen, ja, du musst auch bei Social Media irgendwie was machen, aber wenn du es nicht verstehst, was der Sinn ist oder wie man da die Leute anspricht, dann kannst du es auch noch mehr. Also dann ist es besser, wegzubleiben. Aber wenn du es eben wirklich so machst, er versucht ja auch gar nicht, ich habe auch die anderen Videos gesehen, da sind dann so kurze, kleine Ausschnitte aus irgendwelchen Reden oder ähnliches. Das machen ja alle. Die Leute richtig so wenigstens dann anzusprechen oder vielleicht die Inhalte, die ihm wichtig sind, mal eben mit einem Hauch von Emotionen den jüngeren Menschen mal näher zu bringen, sondern dann sind es so peinliche Versuche wie, ob er zackt seine Aktentasche und das, ja, es gibt so Phasen. Also die etablierten Politiker haben, wie gesagt, die meisten haben es ja spät entdeckt. Das hat ja auch Gründe, dass man sich davon erstmal fernhalten wollte, weil es eben ein chinesisches, das Medium ist und man eben bei diesen Sachen immer nicht genau weiß, was landet dann jetzt letztlich doch irgendwie als Informationsquelle bei der chinesischen Staatsregierung. Da ist man zumindest etwas vorsichtiger gewesen. Dann ging es los mit Leuten wie diesem berühmten FDP-Herren, der ist schon ein bisschen älter, aber der war am Anfang super Kult, weil der irgendwie dann auch getanzt hat. Der hat also in der Frühphase von TikTok genau das gemacht, womit TikTok angefangen hat. Aber das ist ja schon längst überholt. Also die AfD punktet in erster Linie mit, was ist denn jetzt los? Herr Kalkow hat ein technisches Problem. Du, das macht nichts. Dann mache ich das als Solo. Das ist für mich auch mal ganz schön. Wir schneiden jetzt einfach weiter mit und ich habe endlich mal die Chance, ein bisschen, ach da ist er wieder, wie schade. Ich wollte gerade zu einem ausführlichen Monolog und der Weltlage ausholen, jetzt ist er wieder zurück. Scheiße. Du konntest endlich mal alleine mit dir diskutieren. Ja, unwidersprochen, Spaß haben. Ich habe, um es kurz zu erklären, wir wissen ja schon, ich bin ja schon einmal am Schalter F4 gescheitert. Jetzt habe ich einen Wackelkontakt im Kopfhörer und der hat eben plötzlich, warst du von einer Sekunde auf die andere stumm. Übrigens auch für mich einer der schönsten Momente dieses Podcasts. Ich habe dich nur redend sehen, aber ich musste nichts hören und dann habe ich das versucht und dabei hat sich das ganze Gerät von selber abgeschaltet. Sag los. Ja, wie Mr. Spock sagen würde, faszinierend. Was hast du denn alles erzählt? Sind wir schon durch? Wir sind eigentlich schon durch. Die anderen Sachen habe ich alle abgehandelt. Das war es von uns. Legt euch wieder hin, Freunde. Nee, wir waren immer noch bei TikTok und die haben ja angefangen als Tanz, mit so bescheuerten Tanzgeschichten. Das wollen aber die jungen Leute heute gar nicht mehr. Die wollen natürlich ernst genommen werden. Die AfD ganz einholen wird auch deswegen schwierig, weil die natürlich zusätzlich zu Redenausschnitten einfach auch das mitliefert, was man von ihr will, nämlich, sagen wir mal, sowas wie gesund formulierten Hass und gern auch eine Portion Lügen und so. Da kommen die anderen natürlich nicht mit und das ist auch der Teil, wo sie auch gar nicht konkurrieren sollten mit denen und auch nicht können. Nein, also Emotionen, aber auf die falsche Art. Aber der Einzige, der es ja sonst kann, ist eben, wenn Söder sein Ei verkauft und solche Sachen. Also der weiß es ja eben immer. Oder der isst. Söder isst ja ganz viel bei TikTok. Söder isst ja immer sehr gerne und das funktioniert auch. Also das ist ja das traurige. TikTok ist halt kein, ist halt nicht wirklich ein inhaltliches Medium. Ja, kann es sein. Manche schaffen es, dass es das ist. Also es gibt jetzt auch schon Versuche, zum Beispiel von anderen Parteien, dann auch mal zu antworten auf Bullshit, der im Bundestag erzählt wird. Also man weiß noch nicht so genau, wo das Medium hingeht. Man muss jetzt nicht wie Friedrich Merz sagen, dass man Ente mit Rosenkohl mag. Das ist das Highlight, was bisher von ihm kam. Der ja auch nur irgendwie sehr langweilige Ausschnitte aus irgendwie Reden oder so präsentiert und einmal sagt, dass er einen Jeeper hat, also dass er unbedingt jetzt Bock hätte auf Ente mit Rosenkohl. Wie stehst du zu Rosenkohl? Du, wenn der gut gemacht ist, ist der echt gut. Als Kind habe ich ihn gehasst. Rosenkohl, wenn du ihn noch zu lange kochst, stinkt auch erbärmlich. Rosenkohl stinkt nach Forz. Wird nicht gern drüber geredet, ist aber so. Das ist wirklich wie Oma Schlübber nach zwölf Stunden Flixbus. Das ist ekelhaft. Das ist aber wirklich, aber wenn du, es könnte auch Opa sein übrigens. Es muss nicht Oma sein. Nein, das geht auch so. Geschlechtsneutraler Schlübber ist einfach mal so. Aber es ist wirklich, ist widerlich. Aber wenn du den frisch und knackig machst und vielleicht mit ein bisschen Speck und Zwiebeln oder so, ganz lecker, kann ganz toll sein. Auch als Tipp. Also wir geben ja tolle Tipps heute ab, wie ich merke. Aber kommen wir vielleicht von den tollen Tipps und von... Wir sind ja immer noch in China. Wir sind ja nicht nur bei TikTok. Wir wollten ja noch kurz sagen, was der Kanzler in China eigentlich war. Ach so, ja. Bevor du jetzt wieder... Ich denke, das hast du alles erzählt, als ich weg war. Ich dachte, du hast so eine Überleitungsstimme. Nein, nein. Der eigentliche Sinn des Besuches ist natürlich wieder, Geschäfte anzubahnen. Er hat zwölf Großkonzernvertreter mit an Bord der Kanzlermaschine. Und natürlich sollen Sachen verkauft werden. Und das ist ganz amüsant, weil man ja immer erzählt, wir wollen jetzt De-Risking machen, uns also weniger abhängig von China machen. Gleichzeitig steigen aber unsere Investitionen in China in einer Tour an. Und natürlich denkt niemand daran, auf diese Geschäfte zu verzichten. Das finde ich ganz lustig, dass man sich jetzt immer einredet, wir würden uns jetzt irgendwie viel unabhängiger machen und diversifizieren. Aber letztlich, gerade die Autoindustrie sagt, ihr könnt uns mal. Und sie weiß natürlich, wenn das schief geht, also beispielsweise sollte China irgendwann Taiwan angreifen und es gibt einen Wirtschaftskrieg, weiß die deutsche Industrie natürlich, sie wird wie immer von uns allen gerettet werden, auch beim China-Geschäft. Ja, aber es hat doch, ich dachte jetzt, also Scholz geht doch jetzt eigentlich nur nochmal so, um Hallo zu sagen, weil Söder war doch schon da und hat doch schon alles geklärt. Ja, der Kanzler der Herzen hat schon, glaube ich, alle Pandas einmal fotografiert, mehrere Pandapuppen gegen ihren Willen abgeknutscht und so. Ja, der hat jetzt so die Kuschel-Diplomatie vorgemacht und eigentlich in jedem zweiten Interview über die amtierende Außenministerin gelästert, um zu sagen, der Papa macht das jetzt mal, hat auch, glaube ich, schon im Grunde gesagt, EU-Sanktionen wegen so zu viel Subventionsgeschäft, was die EU vorhat, das nehmen wir alles mal vom Tisch. Also nicht nur der Neben-Außenminister, das ist eigentlich der Neben-Kanzler. Er hat vor allem aber auch gesagt, es geht um Realpolitik. Also nicht um so Blödsinn zu reden wie ja, Menschenrechte etc. Aber es geht um Realpolitik und das heißt, in Real müssen wir halt ja doch mit ihnen arbeiten und deswegen hat er das schon mal alles vorgeklärt. Menschenrechte zahlen keine Miete, was ja auch irgendwie stimmt sogar. Klar. Also und was auch noch ein schönes Highlight war, musste mal gucken, Scholz hat doch jetzt für mich, für sich dieses Format der Bürgersprechstunde entdeckt, weil er ja im Grunde ein verkannter Schlagfertigkeitskünstler ist und hat dann diesmal sich an der Uni Shanghai, durften ihn die chinesischen Studenten Sachen fragen. Das fand ich sehr unterhaltsam. Aber erstens konnten die hervorragend Deutsch, dadurch konnte man das schon mal so schnell gucken und da mochte ich eine Stelle sehr gerne, wo ein Student, der demnächst in Deutschland ein Auslandssemester absolviert, sich Sorgen macht, weil er hätte gelesen, dass wir jetzt Cannabis legalisiert hätten und das würde ihn irgendwie beschäftigen. Also im Grunde hat er so sinngemäß gefragt, ob er da kiffen muss. Also er dachte wahrscheinlich, es gibt einen Kiffzwang. Ja. Und dann hat Scholz ihm nochmal gesagt, nee, man muss nicht kiffen und er würde dann feststellen, auch in Berlin würde kaum jemand kiffen, wo ich dachte, nee, da war der Kanzler aber schon länger nicht mehr in der Stadt. Achso. Da ist er wieder durch die Stadt gelaufen, hat nur auf seine Aktentasche geguckt, aber den Rest nicht gesehen. Na gut, also das heißt jetzt, also Scholz tötet TikTok und besucht aber China und versucht da irgendwie die Deals der Realpolitik, die Söder schon angefangen hat, jetzt für uns festzuklopfen. Genau. Somit können wir das Thema jetzt aber zu den Akten in die Scholz'sche Aktentasche legen, würde ich mal sagen. Sehr gerne. Oder? Ja. Wir kommen zu einem anderen sehr lustigen Thema, nämlich, dass Volker Wissing ja uns mit Fahrverboten in Deutschland gedroht hat. Ist doch für die Scheißegal, du fährst doch eh nie. Ja. Mir ist das auch wurscht. Aber ich, ach, das heißt, dafür darf ich dann aber auch nicht gefahren werden? Natürlich. Also was denkst du, dass dann an Fahrverbotwochenenden nur Leute mit Chauffeur auf der Autobahn sind? Ja, habe ich gedacht, dass man nur nicht selber fahren darf, aber sich fahren lassen darf. Das ist eine schöne Gesetzeslücke. Da kann man sagen, ja, das heißt ja Fahrverbot und nicht Gefahrenwerdeverbot. So. Würde ich doch mal darauf hinweisen. Nein, aber was ist das wieder für eine schöne Idee? Also eigentlich doch nur, weil man merkt, die Ziele der CO2-Einsparung und so werden nicht gehalten und Wissing hat sich auch nicht darum gekümmert, wie man jetzt auf dem Verkehrssektor da wirklich vielleicht den Zielen näher kommen könnte und deswegen hat er gesagt, ja, wenn die Grünen aber weiter da, wenn alle daraus beharren, dann müssen wir halt, dann kommt es zu Fahrverboten und so. Wollt ihr das? Oder wollen wir nicht lieber die Gesetze anpassen? So ist doch jetzt eigentlich der Gedanke. Ja, es ist wieder ein klassischer, die FDP hält so lange die Luft an, bis alle machen, was sie wollen. Moment. In dem Fall ist es jetzt so, dass die FDP sich ja schon in Teilen durchgesetzt hat. Das wurde ja schon letztes Jahr verkündet. Es soll ein neues Klimaschutzgesetz geben auf Wunsch der FDP und auch mit Rücksicht vor allem auf den Verkehrsminister. Und tatsächlich, wenn diese Novelle dann kommt vom Klimaschutzgesetz, gäbe es eben nicht mehr diese jetzige Situation, dass jeder Minister für die CO2-Bilanz in seinem Ressort, man sagt in dem Fall Sektor, verantwortlich ist, sondern das müsste die Gruppe, würde man in der Waldorfschule sagen, die Gruppe muss das dann ausgleichen. Und das fand Wissing super und das war so verabredet. Aber die Grünen bremsen das jetzt im Moment noch aus, weil sie zu Recht sagen, was ist das für eine Frechheit? Das war doch eigentlich eine gute Sache. Das war ja ein Fortschritt der GroKo und wir hatten nicht viele Fortschritte in der GroKo, dass jetzt die Minister dann in ihrem Bereich Verantwortung übernehmen müssen und dann müsste Wissing nämlich eigentlich ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorlegen, wenn er eben nicht auf diesen Wert kommt, der auch für ihn erreicht werden muss, weil er aber keinen Bock hat, das noch zu machen, im Moment gilt ja das alte Gesetz noch. Also er müsste so ein Programm machen und das hieß ja Arbeit und er müsste sich Sachen einfallen lassen und er hat da einfach gedacht, ja dann sage ich jetzt einfach mal, um das zu erreichen, müsste ich dann aber Fahrverbote verhängen, wo ganz viele Experten sagen, totaler Quatsch, natürlich könnte man das auch anders erreichen, aber er will einfach die Bevölkerung auf seine Seite ziehen und dass alle sich furchtbar aufregen. Und dass das Ampel-Image schon wieder insgesamt runterzieht, ist ihm scheißegal. Ja, aber das ist ja klar, so dieses bockige Ding, wie ja vorher konnte man das auf die anderen aufteilen, was wir nicht geschafft haben, haben die anderen übernommen. Jetzt wird doch auf uns geguckt, ja wenn ihr uns dazu zwingt, dann müssen wir euch eben so bestrafen, damit wir überhaupt die Ziele erreichen wollen, wollt ihr das. Das ist wirklich, aber im Moment hat man doch auch wirklich so dieses Gefühl, es wird ja, ich meine wir haben jetzt schon seit Wochen und Monaten reden wir immer wieder darüber, was da welcher, wer gegen wen streitet, wie die FDP irgendwie sich bockig stellt, aber jetzt mit solchen Sachen hat man doch schon fast das Gefühl wie, sie wollen, dass die anderen jetzt mal so langsam sagen, wir haben die Schnauze voll von euch, oder? Das ist eine Theorie, die tatsächlich die Kollegen vom Spiegel aufgestellt haben und auch ein Gerücht, was dann mal durch Berlin gewabert ist, dass man vermutet, dass die FDP sich jetzt so lange mit gezielten Provokationen meldet, bis die anderen keinen Bock mehr haben und hinschmeißen. Man will ja nach den Erfahrungen von Jamaika 2017 nicht wieder der Schlussmacher sein, das kennt man ja aus Beziehungen, lässt einfach so lange alte Socken überall liegen und räumst den Tisch nie ab, bis dann deine Partnerin sagt, weißt du was, ich ziehe zu meiner Mutter oder jedenfalls aus und ich glaube, man kann nicht alles aus Beziehungen auf die Politik übertragen, aber es würde einiges erklären, was sich in letzter Zeit so ereignet hat. Ich finde es gar nicht so unplausibel. Ja, weil da wurde ja auch deutlich darauf hingewiesen, auch bei Kubicki und so bei dem Interview, wo ich dabei war, der deutlich immer sagte, sie dürfen nicht diejenigen sein, die, die die Ampel verlassen. Also wenn die FDP das wieder tut, dann sind sie halt die Verlierer und deswegen wird es irgendwie im Moment so deutlich, weil es, also diese Bockigkeit war ja schon immer da, aber im Moment wird sie so extrem und eben mit so einem Vorschlag wie jetzt, die es von Winken, das war jetzt nun so hochgradig albern, wo man schon merkt, also ja und alles andere, es gibt tausend Dinge, über die geredet wird, Tempolimit etc., egal, natürlich nicht, es gibt nicht eine Lösung, die einen solchen Schlag bringt, dass alles funktioniert, aber es wurde ja einfach bisher alles abgebügelt, was überhaupt nur in Richtung Einsparung im Verkehrsbereich ging. Und dann, Tempolimit würde schon natürlich eine Zwei-Einsparung bringen, aber da behauptet er einfach, das hätte keine Akzeptanz in der Bevölkerung, obwohl Umfragen eine Mehrheit für Tempolimit 130 auf Autobahnen hätten, und dann aber eben so bockig sein und dann sagen, wie dann müssen wir eben alles hier platzen lassen und dann habt ihr es richtig schlecht, wenn wir da wirklich drauf pochen. Das ist doch wirklich so was, wo man denkt, was soll das, es ist ja wie ein Kleinkind. Ja, vor allem mit was wollen sie eigentlich drohen? Also wenn sie jetzt wirklich mit Neuwahlen flirten und das ist ja auch absehbar, wenn der Lindner in jedem Interview erwähnt, dass er vor der Entscheidung 1982 der damaligen FDP diesen Brief, diesen Erpresserbrief an Helmut Schmidt zu schreiben, das Lambsdorff-Papier, was letztlich zum Ende der SPD-FDB-Koalition geführt hat, wenn er immer wieder erwähnt, wie viel Respekt er vor diesem Brief und der Aktion damals hatte, ist das ja wie so eine wenig subtile Warnung an die anderen. Also was die FDP im Moment macht, ist wirklich so, wie man das aus alten, schlechten Mafia-Filmen kennt, dass man sagt, Kinder, wäre doch schade, wenn so eine Koalition kaputt geht, oder was meint ihr? Ja, doch traurig. Und deswegen gehen wir mal davon aus, dass ihr eins zu eins unsere Wirtschaftswende-Vorschläge mit gekürzten Sozialausgaben und mit gleichzeitig Steuern senken, während man angeblich sparen muss, dass ihr das mal mitmacht und unterschreibt, weil sonst wer weiß, was hier passiert mit dem Laden. Ich befürchte, dass wir dieses Thema auch in den nächsten Wochen noch des Öfteren haben. Wir müssen ja nicht. Es ist ja immer das Gleiche, aber wir wollen es ja auch gar nicht immer wieder erwähnen, aber wenn dann wieder so eine absurde Geschichte kommt wie diese, dann muss man sie zumindest mal erwähnen. Haben wir jetzt gemacht. Lass uns mal lieber über das große TV-Duell der Woche sprechen, nämlich Höcke gegen Vogt. Ja. Das war ja eher so auf Welt-TV, was man auch, also viele Dinge, die man vorher gar nicht richtig kannte, sind jetzt erst mal bekannt geworden. Erst mal das Welt-TV. Kanntest du nicht? Der Sender. Und auch Vogt und immer. Ja doch, ich wusste es, aber viele Menschen, ich sage mal, es war jetzt nicht, ich glaube nicht, dass das unter den Top Ten, da war sogar Tele 5 noch weiter vor, also vor Welt-TV, würde ich mal behaupten, bei den meisten Menschen. Das war jetzt ja auch kein, das war jetzt ja kein Straßenfeger, so wie Durbridge, das Halstuch oder so. Aber für Ihre Verhältnisse hatten Sie natürlich, gerade für 20.15 Uhr, hatten Sie ganz schön viele Zuschauer. Sie haben auch sehr viel, aus Ihrer Sicht verständlicherweise, dafür geworben. Der ganze Tag bis zum Duell war wie ein einziger Trailer. Und ich habe dann mit der Redaktion, wir haben natürlich geguckt, haben Pizza bestellt und haben uns das, wie so ein Fußball-Länderspiel, haben uns das reingepfiffen. Man muss vielleicht einmal kurz sagen, damit alle Leute auch wissen, worüber wir reden, vielleicht ist es beim einen oder anderen doch irgendwie vorbeigerutscht. Wir Glücklichen. Es gab ein großes Fernsehduell von Bernd Höcke, wir wollen auch richtig, Bernd Höcke gegen Mario Vogt. Und zwar ging es eigentlich um Thüringen und die Wahlen in Thüringen und Vogt von der CDU hat gesagt, wir müssen eben uns auch der AfD stellen und deswegen lade ich zum Duell oder deswegen schlage ich ein Duell vor, in dem wir beide gegeneinander wirklich unsere Argumente in Anführungsstrichen austauschen können. Ich weiß gar nicht, wer angefangen hat, ob Höcke Vogt gefordert hat oder umgekehrt, aber letztlich landeten die beiden in einem Studio und dann gab es eben die Debatte schon vor dem Duell und auch danach bietet man dann so einem Höcke, den man ja laut Gerichtsurteil Faschist nennen muss oder darf, weiß ich gar nicht so genau, bietet man dem nicht sozusagen nicht nur eine Bühne, sondern trägt auch zu seiner Normalisierung bei. Das ist ja auch eine berechtigte Debatte. Auf der anderen Seite bei den Umfragen, die man im Moment hat, finde ich, wenn man sie nicht verbieten will, ja auch da haben wir über das Für und Wider schon ausführlich genug gesprochen, aber wenn man sie nicht verbietet, muss man sich natürlich mit ihnen inhaltlich auseinandersetzen, was denn sonst? Ja genau, das ist halt das alte Problem, man muss natürlich auch mit ihnen sprechen und es geht ja, geht gar nicht anders, dafür leben wir ja auch in der Demokratie, aber natürlich ist es genauso auch die Schwierigkeit, genauso wie eigentlich eine, Vogt ja auch versucht hat und auch die Moderatoren, Höcke, wo auch immer es nur möglich war, auszuhebeln, aber die, er hat überhaupt wieder eine Plattform gefunden, es trägt eben auch wieder zur Normalisierung bei, er konnte versuchen zu erklären, dass er ein sehr emotionaler Mensch ist, dass er Vertrauenslehrer war, dass er doch sehr nett ist, er hat versucht, also alle, alle auch in seinen Reden und in seinem Buch geäußerten Aussagen, die dort in aller Härte und eises Kälte passieren, hier jetzt so ein bisschen aufzuweichen und so ist es ja gar nicht gemeint, ich bin doch ein ganz Netter und das passiert dann halt eben auch immer, und die, die ihn mögen, wollen, tun es weiterhin und die, die es glauben wollen, tun es eh. Das ist so, dass dieses TV-Event kein Game-Changer wird in der Wahrnehmung der AfD oder auch erst recht für die Thüringen, weil deren Themen ja gar nicht drankamen, das war vorher schon absehbar. Ich finde, was man in erster Linie daraus lernen kann, ist, du brauchst wirklich auch für die Zukunft schon einen Live-Fakten-Check in Echtzeit. Also wenn er sagt, der Brexit war ein Erfolg für Großbritannien, muss eigentlich ein praktikant sofort auf den Knopf drücken und es wird in riesengroßen Lettern Bullshit eingeblendet. Oder wenn er sagt, zehn Millionen Flüchtlinge kamen seit 2015, muss sofort die richtige Zahl kommen. Ich verstehe, dass man bei manchen Sachen sich Zeit nimmt zum Prüfen. Man kann ja auch sagen, die Details zu allem, was hier gelogen wurde, kommen morgen früh. Ja, aber man kann ein paar Sachen auch schon während der Sendung einfach abräumen. Da können die Moderatoren auch sagen, ja, ich höre gerade oder ich weiß zufällig selber. Nee, der Brexit war gar nicht so ein Riesenerfolg für Großbritannien. So viel Suppenküchen gab es da noch nie. Vielleicht können wir einfach mal feststellen, das war Quatsch und sagen wir es auch ehrlich gelogen. Weil das einen Tag später zu machen, ist mir nicht früh genug. Nee, aber du kommst schnell. Ich habe es mir auch angesehen und ich hatte auch das Gefühl, du kamst ja aber auch bei den vielen Falschaussagen gar nicht dagegen an, schnell genug. Die Moderatoren haben es ja versucht, überall haben ihn ja auch versucht festzunageln, auch zu seinen eigenen Zitaten und seinen eigenen Passagen aus dem Buch, an die er sich dann nicht mehr erinnern konnte. Aber du kommst ja auch wirklich in der Schnelligkeit gar nicht dagegen an. Das ist ja einfach, es ist ja diese alte Trump-Methode. Du behauptest einfach und wenn du deine Lüge nur oft genug wiederholst, wird sie irgendwann zur Wahrheit. Du musst nur eben selber daran glauben. Aber genau das ist halt die Aufgabe. Du musst halt leider dann diese Sisyphus-Arbeit musst du weitermachen und musst dann auch, und die Moderatoren haben das wirklich auch nicht schlecht gemacht. Da gab es ein paar echt gute Momente und er sah vor allem, als er auf einmal behaupten wollte, er wüsste nicht mehr, was er zu Frau Oesos in seinem eigenen Buch vor sechs Jahren geschrieben hat. Übrigens nachdem oder kurz bevor er dann dem Vogt vorgeworfen hat, dass er sein Buch nicht gut genug kennen würde, ein anderes Buch. Also es bricht halt bei Höcke und das fand ich dann wieder so amüsant, es bricht halt der Lehrer durch. Also man vergisst ja immer, er ist ja nicht nur Faschist, er ist ja auch Lehrer. Aber und du merkst, ah, ist er Widerspruch kaum gewohnt? Also wenn aus der Klasse, hätte man früher gesagt, frecher Widerspruch kommt, da ist er immer noch ein bisschen geschockt, auch viel wehleidiger, als man denken müsste. Oh ja, das war deutlich zu sehen. Also er war sehr wehleidig und auch schnell beleidigt. Also so diese Art, so ein bisschen zickig dann zu werden. Dann kommt aber immer wieder der Frontalunterricht, Remigrare, sagt er dann vom Lateinischen, Remigrare. Und dann tischt er uns auch noch den Schwachsinn auf, dass M&R-Migration ja eigentlich hauptsächlich die deutschen Auswanderer, die nach Deutschland zurückkommen, gemeint. Und dann müssen doch die Moderatoren eigentlich auch laut lachen. Oder man spielt einen Sitcom-Lacher ein, von mir aus. Das hätte vielleicht besser gewirkt. Das kann man ja nicht ernsthaft so stehen lassen. Nein, das war schwierig. Es war jedenfalls, also es war, man kann das Fazit eigentlich sagen, man weiß nicht, man kann nicht sagen, wer eindeutiger Gewinner oder Verlierer war. Es ist wie immer eigentlich ein Unentschieden. Sie haben sich alle gut geschlagen. Jeder wird im Netz von seinen Leuten hinterher eh zum Sieger erklärt. Daran ist die AfD ja so ohnehin Champion, dass man immer sagt, vernichtet seine Gesprächspartner, auch wenn man in Wirklichkeit zwischendurch echt arm ausgesehen hat. Also man muss vielleicht auch aufhören, Höcke von Freund und von Feindesseite zu sehr zu überhöhen. Also seine rhetorischen Fähigkeiten, auch als Demagoge, sind zum Glück limitierter, als man denken könnte. Und dafür war die Sendung dann ganz gut. Also es war jetzt keine völlige Entzauberung, aber wenn einer mit Wasser kocht, so wie wir da sehen konnten, dann der Bernd. Und ja, was ich nur schade finde, ist, man kann ja jetzt irgendwie gegen diese Art Format sein und das kritisieren. Aber eigentlich wäre es besser gewesen, wenn da zum Beispiel ein Triell noch mit Bodo Ramelow gewesen wäre. Weil natürlich bei Herrn Vogt, der sich besser geschlagen hat, als alle befürchtet hatten, so gesehen war er fast ein Punktsieger, weil man vorher überhaupt nichts von ihm erwartet hat. Und dafür ist er sehr ruhig geblieben und hat ein paar gute Punkte gesetzt. Aber Ramelow wäre natürlich das klare Gegenmodell gewesen. Also ich meine, bei Vogt vergessen wir ja nicht völlig, dass er schon mal eine Grundsteuersenkung zusammen und mit Hilfe der AfD durch den thüringischen Landtag gebracht hat. Da wäre Ramelow, also dass der Bodo nicht dabei war, fand ich eine bodolose Frechheit. Hat er nicht gewollt oder hat man ihn gar nicht gefragt? Oder wie war das eigentlich? Also ich wette mit dir, wenn der Ministerpräsident von Thüringen gesagt hätte, ich will da auch mit dabei sein, hätte die Welt, hätte Welt TV das sofort gemacht. Das heißt, er wollte nicht. Und das finde ich dann, dann muss man sagen, schade Bodo, hättest du ruhig machen sollen. Ja, finde ich auch, weil das ist dann so ein bisschen schade, weil auch gerade, dass du denkst, wie eigentlich ist er ja auch derjenige, der der erste Ansprechpartner im Moment noch wäre und das wäre doch eigentlich seine Aufgabe gewesen, sich dem nachzustellen. Und laut Umfragen immer noch der populärste Politiker in Thüringen. Also die Sendung hätte eine andere Dynamik bekommen, glaube ich. Dynamik reimt sich auf Titanic. Das ist jetzt eine beschissenste Überleitung, die ich je gemacht habe. Jetzt denkt der chinesische Student wieder, es wird doch nur gekifft in Deutschland. Wir müssen ja so langsam zum Ende kommen und wir wollen noch schnell noch drei kurze Jahrestage eigentlich ganz kurz abhaken. Nämlich Titanic. Die Titanic, also eigentlich in der Nacht zu heute, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, ist die Titanic im Jahre 1912 gesunken. Der wieviel, der ist heute? Am 14. auf den 15. April. Heute ist der 15. April. Genau, in der Nacht von 14. auf 15. Richtig. Heute ist jetzt bei einem Podcast, macht wirklich kein Fehler. Ich habe gesagt, in dem Moment, wo wir den aufzeichnen. Ich habe es genau perfekt gesagt. Das war absolut korrekt. Höcke hat nachgeprüfen, hat er es in seinem Klassenbuch, hat er geschrieben, Oliver hat perfekt geantwortet. Der andere Oliver hat gepennt. Nein, also vor 12, Quatsch, vor 112 Jahren ist es eigentlich gewesen. Was ist denn eigentlich das besondere Ereignis? Also jetzt gerade als Jahrestag. Du, die Redaktion hat das aufgeschrieben, dass heute Titanic-Gedenktag ist und wollte, dass wir über das Heft Titanic deswegen reden. Da haben wir gesagt, das ist konstruierte Scheiße. Das haben wir auch schon gemacht. Haben wir auch schon mal gemacht, über Titanic das Heft geredet. Wenn, dann sagen wir, es ist Gedenktag und seit diese Schiffskatastrophe passiert ist, hat es sehr viele Verfilmungen gegeben. Ja, die sollten wir auch noch mal erwähnen. Die erste Hollywood-Verfilmung übrigens 1953. Es gab aber auch einen Nazi, aus der Nazi-Zeit, eine deutsche Verfilmung 1943. Und natürlich die berühmteste 97, James Cameron, klar. Richtig, und dann gab es noch Serien dazu und das kam auch in allen möglichen anderen Serien vor. Immer wieder die Titanic ist ja auch klar. Ich bin ja da mal langgefahren auf der Queen Mary und wenn du da vorbeifährst, dann wird die Glocke geläutet. Also man fährt genau an der Stelle eben vorbei, wo die Titanic gesunken ist und dann wird das auch zelebriert. Und in Halifax, wo ich ja manchmal Urlaub mache, Nova Scotia, Kanada, da gibt es ein ganz tolles Titanic-Museum und da sind auch ein paar der geborgenen Menschen beerdigt dort. Den Film übrigens, um auf den berühmtesten Film zu kommen, den mochte ich schon bei Premiere nicht besonders. Also als er Filmpremiere hatte, ich weiß, viele Leute lieben diesen Film, aber es dauert, bis der alte Kan untergeht, wirklich. Und auch die ganze Schlussszene, bis heute sage ich, natürlich wäre auf der Tür für beide Platz gewesen. Das denke ich auch. Zieh doch den DiCaprio, du dummes Huhn, zu dir mit auf die Tür, dann musst du hinterher auch nicht rumheulen. Hilf ihm halt hoch. Ja, habe ich auch gedacht. Das ist auch der Punkt, der mich daran am meisten gestört hat. Ich muss sagen, ich hatte immer ein eher neutrales Verhältnis. Es ist ja so lustig, auch gerade, wenn man ja immer über gute und schlechte Filme redet und dann immer so gefragt wird, gerade zum Thema Schläfer, was ist der schlechteste Film? Für einige sagen dann so, wie Titanic ist der schlechteste überhaupt. Nein, ich liebe ihn wunderbar. Auch Film. Ist immer Emotion und ist eben immer das, wie man ihn selber sieht. Ich fand ihn neutral. Es war ein unterhaltsamer, überlanger Film, der mir in gewisser Weise gefallen hat. Aber auch keiner, wo ich sage, den muss ich mir jetzt noch viel öfter angucken. Aber sehr schön war ja, dass wir dann, wir hatten ja bei Schläferz Titanic 2 damals schon im ersten Jahr. Den gibt es nämlich auch, ganz billig gedreht. Auch super. Da sind vor allem ganz tolle Szenen, wo die Menschen alle flüchten, weil das Schiff untergeht. Man hat also eine zweite Titanic gebaut und die sind gedreht irgendwo in einem Parkhaus. Da laufen die immer nur Treppen runter und du siehst im Hintergrund die Stadt. Siehst du die Lichter der Großstadt im Hintergrund. Aber ein geiler Film. Titanic 2. Und spielt sie auch 1912 oder was? Nein, der spielt dann so heute, ist von 2012 und spielt in der Jetzt-Zeit halt. Und geht die dann auch wieder unter, die Titanic 2? Die geht unter, aber wie gesagt, sie ist eigentlich in Strandnähe und es ist auch nur im Parkhaus gedreht. Aber was ist das denn für ein Pech? Dann baust du 100 Jahre später eine zweite und die läuft auch wieder vor ein Eisberg? Scheiße. Hätte man sich vorher überlegen können. Nee, ich glaube, es ist kein Eisberg. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Also die geht einfach so unter, weil sie so billig gebaut war. Aber es gab ja, und einen Horrorfilm gab es jetzt auch letztens nochmal. Ja. Titanic 666 und so. Also es wird immer wieder gewürzt. Ich finde, wir haben den Gedenktag ausführlich gewürdigt. Wir gedenken heute nochmal der Titanic. Es ist too soon, um Witze drüber zu machen. 122 Jahre reichen nicht, aber wir haben erwähnt, dass Gedenktag ist. 100 Jahre Geburtstag Wolfgang Menge wurde in den letzten Jahren gefeiert. Letzte Woche. Dazu vielleicht mal, wir haben auch darüber schon gesprochen, Wolfgang Menge, ein wirklich grandioser Autor und Journalist, der vor allem in den 70er Jahren einige herausragende Dinge ins deutsche Fernsehen gebracht hat. Zum Beispiel das Millionenspiel Smog. Er hat beim Stahlnetz am Anfang mitgeschrieben, auch bei Edgar Wallace übrigens einmal, beim grünen Bogenschützen hat er mit das Drehbuch geschrieben. Und dann eben durch ein Herz und eine Seele, Alfred Tetzlaff vor allem. Und da gab es letzte Woche eben genau an seinem Geburtstag einen Diskussionsabend in der Kinematik in Berlin. Und da war ich zu Gast auf der Bühne bei einer Podiumsdiskussion. Hatten die dich eingeladen oder bist du einfach auf die Bühne gegangen? Die hatten mich eingeladen und das kann man eben auch hier als lustige Anekdote erzählen. Die zwei Söhne von Wolfgang Menge, der eine Sohn, Jakob Menge, ist ja auch der Redaktionsleiter von Maischberger von der Sendung. Die Show, wo du schon Miete zahlst, weil du so auf der Bühne bist. Wo ich schon Miete zahle und wo er mich vom gleichen Tag abgeworben hat. Weil eigentlich hatte ich eine Anfrage für Maischberger und dann hat er mich selber von seiner Sendung abgeworben und in diese Podiumsdiskussion verfrachtet, die sehr interessant und sehr schön war, weil eben darüber diskutiert wurde. Wir haben eine alte Folge geguckt, Frühjahrsputz von Ein Herz und eine Seele, und darüber diskutiert, ob man das heute noch da und so weiter, was man so alles kennt. Und ich fand nur dabei extrem spannend und das kann ich nur mal jedem ans Herz legen, weil die Serie jetzt auch zu streamen ist und in der Mediathek zu finden ist. Schaut euch mal die alten Folgen an. Es ist unfassbar, wie zeitlos einiges ist. Also gerade in den 70er Jahren, Alfred Tetzlar, der schon Verschwörungstheorien und ähnliches, alles, was man von heute aus modernen Medien kennt, schon damals eigentlich auch ins Fernsehen gebracht hat und was damals schon alles Thema war. Man sieht, es hat sich im Grunde gar nicht viel verändert, es hat sich nur das Umfeld verändert. so wie jede Generation immer alles neu für sich entdeckt, glaubt man ja immer, das hier wäre irgendwie die politisierteste und aufgeregteste Zeit und noch nie waren wir so gespalten und so. Da muss man immer sagen, soweit ich weiß, gerade das mit Willy Brandts Ostverträgen Anfang der 70er hat für so viel Theater und Aufregung gesorgt und das spiegelt sich eben auch ein bisschen in ein Herz und eine Seele, weil der Zeitgeist war ja durch die Bundesregierung da auch eher linksliberal, aber es gab eben auch die älteren Deutschen, die im Unterhemd aus dem Fenster gemotzt haben und das hat er wunderbar auf den Punkt gebracht. Ja, es ist toll, man sieht einfach, es sind einfach grundmenschliche Dinge, über die wir auch heute reden und die uns heute noch alle angehen und die damals auch schon existierten. Es gab halt noch kein Social Media, es war eben noch noch sehr viel, sagen wir mal weniger, man hat sich noch von Angesicht zu Angesicht angemotzt oder Verschwörungstheorien erzählt oder rumgeschwurbelt oder ähnliches. Das war schön, als die Ekele Alfreds dieser Welt einfach nur Falschparker aufgeschrieben oder Enten vergiftet haben. Heute haben sie leider alle ein Handy, das ist das Problem. Aber es ist toll, sich das anzugucken, man muss zwar im Kopf eben die Uhr etwas zurückdrehen und gucken, aber es macht immer noch trotzdem Spaß und es ist eben als Zeitdokument einmal toll zu sehen, allein nur das Publikum, das Publikum mit zu betrachten, dass das dort sitzt, auch so ein bisschen sich gar nicht richtig traut zu lachen, weil es die erste Serie damals zu der Zeit im Fernsehen war, die so etwas gewagt hat. Die so politisch war, in der Unterhaltung vor allem. Und auch so eine Sprache, also einen Hauptcharakter hatte, der unsympathisch im Grunde war und der Worte wie Arschloch oder dumme Kuh und so was, was man damals im Fernsehen einfach nicht getan hat. Es gab eine ganz andere Etikette im Fernsehen damals und da war das wirklich ganz neu. War ein sehr spannender Abend, sehr schön und ich habe danach noch mit der Familie von Wolfgang Menge zusammengesessen, auch mit seiner Witwe, die fast 90 Jahre ist, aber noch ganz fit und ganz toll und viel erzählt hat. Und was ich noch erfahren habe, ist, dass er vor allem ein großer Bewunderer der chinesischen Küche war, da kommen wir noch einmal nämlich zu China zurück und auch chinesische Kochbücher selber geschrieben hat. Wir haben beim Chinesen dann am Abend noch gegessen und deswegen oft er hingedacht und er war einer der ersten. Was hast du denn bestellt, um mal was Spannendes zu hören? Es gab Pekingente. Wow, das ist natürlich. Für alle. Pekingente, das war wirklich super und aber er hat eben, war einer der ersten, der in Deutschland ein chinesisches Kochbuch und die chinesische Küche versucht hat, uns näher zu bringen. Ich habe jetzt Hunger, wir müssen aufhören. Ja, hören wir mal auf und gratulieren nur als letztes noch Wolfgang Barrow mit 8000 Folgen GZSZ. Eines der am längsten existierenden, auch eigentlich ein bisschen, jetzt nicht Tetzlar-mäßig, aber auch der Bösewicht. Du musst jetzt nicht GZSZ nacherzählen, bitte. Hast du es jemals gesehen? Nein, nicht eine einzige Folge. Ich auch nicht. Guck mal, da sind wir uns doch einig. Deswegen hätte ich das jetzt gar nicht erwähnt, 8000 Folgen GZSZ, aber du liest halt alles vor, was man dir auf diesen Zettel schreibt. Natürlich. Ich habe doch keine eigenen Ideen. Ich arbeite doch hier nur meinen Arbeitszettel ab. Okay. Und da steht jetzt Abschied. Abschied. Wolfgang Barrow ist gar nicht drin in der 8000-Folge GZSZ, aber er ist ein sehr netter Kerl. Aber in 7999 Folgen war er drin. Genau. So, und dazu geht es um Chinesen. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Also wir sehen uns wieder, die anderen müssen uns nur hören, die Glücklichen. Ja, jetzt hast du mich völlig verwirrt. Am Ende. Ich sage einfach tschüss. 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 Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.